Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema and Will aus Liebe zum Film. Ja, ich hatte mal wieder ein paar Blu-Rays zum Verschenken an euch und zwar dank Capelight Pictures. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle und da gab es zum einen Born a Champion, der ist diese Woche erschienen in 4K auf Blu-Ray und auch auf DVD. Eine Review dazu habe ich euch ja verfasst und da gesagt, für wen der Film etwas ist und für wen eher weniger, hier sollte man dann auch in den Kommentaren reinschreiben, Hashtag Born a Champion, wenn man sich denn für diesen Film interessiert oder aber für Twist, ein Film, der nächste Woche auf Blu-Ray und DVD erscheint. Auch hier gab es selbstverständlich eine Review dazu und auch hier habe ich euch gesagt, für wen der Film eher geeignet ist und für wen weniger. Hier lautete der Hashtag für alle Interessenten Twist und es gab noch ein Bundle mit beiden Filmen im Doppelpack zusammen und wer sich dafür interessierte, sollte einen Hashtag schreiben mit Capelight Pictures. So viel einmal dazu. Ich habe gesagt, am Freitag lassen wir den YouTube Random Comment Picker entscheiden und somit werden wir das jetzt hier tun. Wo sind wir denn hier? Link rein und dann fangen wir hier mit den Kommentaren an. Überprüfung ausstehend gibt es eigentlich nichts mehr. Jo, passt. Unbeantwortet passt auch. Und hier sind wir alle dran hier mit den Kommentaren. Wir fangen an mit Born a Champion. Born a Champion. Jo, ist richtig. Dann gehen wir hier hin. Wo ist denn das mit dem Text hier? Holen uns die Kommentare. Wir haben 25 Stück. So, und dann starten wir hier mal. Und die Blu-ray geht an MrPerfect4711. Herzlichen Glückwunsch. Born a Champion geht an dich. Bitte schreib mir eine E-Mail mit Born a Champion und deine Adresse. Dann lasse ich es dir auch zukommen. Dann gehen wir hier her. Captain Galaxy sehe ich hier. Dann nehmen wir das gleich. Twist. Jetzt müssen wir hier hin. Twist. Okay. Hashtag Twist. Nochmal. Hashtag Twist. Das passt. Dann starten wir das Ganze. Und das geht an Benni. Benni. Herzlichen Glückwunsch. An dich geht a Twist. Ja, wie gesagt, großer Lena Headey Fan. Also, ja, dann trifft es ja voll den richtigen. Das passt. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch jemanden mit Cape Light Pictures. Das können wir eigentlich hier auch nehmen. Cape Light Pictures. Das passt. Und hier rein. Und hier haben wir 20. Äh, warte. Get Comments. So, 20. And start. And now the bundle goes. Filmfan Oliver 1992. An dich geht das Bundle. Auch er. Auch an dich. Herzlichen Glückwunsch. Schreib mir das nochmal kurz rein, was es war. Da muss ich nochmal nachgucken. Geht alles schneller und einfacher. Bitte tut mir den Gefallen. Danke für den alten Mann. Und ansonsten, ihr wisst Bescheid, gibt es in den nächsten Wochen wahrscheinlich bis Weihnachten genügend Sachen an euch zu verschenken. Aus diesen ganz tollen Paketen, die mich zuletzt erreicht haben. Also von daher, schaltet immer wieder ein. Am besten Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein Video. In diesem Sinne, danke ich euch jetzt schon mal ganz herzlich. Wünsche jetzt schon mal an dieser Stelle ein schönes Wochenende. Auf bald meine Freunde und Servus.